jo leute was geht und jetzt willkommen zu einem neuen video und ja leute dem heutigen video möchte euch zeigen wie ihr solo eure mosin wollen könnt ja dafür brauchte aber nur einen gemoddeten flak anhänger und ja dann würde ich sagen lass uns auch direkt los starten begibt euch einfach zum mechaniker mobile kommando zentrale umbauen zugmaschine und dort ändert ihr einfach irgendwas günstiges was er ändert ist wirklich völlig egal dann gehen wir wieder zurück dann gehen wir auf flak anhänger modifizieren gehen wir auf designs und dort scrollen wir einfach so wie hat vier bis fünf sekunden einfach unter scrollen gehen dann aus dem menü raus scrollen auch hier ein paar sekunden dann könnte das menü einmal verlassen mit kreis in diesem menü müssen drin bleiben und von dort eine neue sitzung starten welche sitzung ist auch völlig egal und wenn jetzt in der neuen lobby angekommen seid werdet ihr sehen dass ich jetzt die mosi gemoddet hat die farbe und die f1 reifen von dem flak anhänger sind jetzt auf der mosi drauf und ja leute das war es auf jeden fall schon mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen mit 10 so sein sollte wird es mich auf jeden fall freuen wenn ihr mir noch ein abo und ein like da lassen würde und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao